Leute, es wird mal wieder Zeit für ein fettes Giveaway in Sachen Apex Legends Coins. Einmal 1000 Coins, 6700 Coins und einmal 11500 Coins. Deswegen wird dieses Video wieder mal präsentiert vom EA Creator Network. Also danke an EA für diese Unterstützung. Was müsst ihr dafür tun, das sage ich euch gleich. Schreibt auf jeden Fall in euren Kommentar, mit dem ihr möglichst gewinnen möchtet. Was haltet ihr von der neuen Season geil, nicht so geil? Wie findet ihr die neue Map? Wie findet ihr die Änderungen? Und so weiter und so fort. Ich persönlich fuchse mich mit der neuen Map jetzt noch nicht so ganz rein. Sie macht schon irgendwie Bock, aber rankt ganz schön anstrengend, wie ich finde. Und in wenigen Tagen starten schon die Global Series in Mannheim. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, seid ihr am Start? Ja oder nein? Vielleicht laufen wir uns über den Weg. Sagt Hallo, können wir kurz quatschen. Würde ich mich auch drüber freuen. Und ich weiß auch, dass viele große deutsche und internationale Content Creator am Start sein werden. Also die meisten weiß ich, wer alles so da ist. Aber das werde ich hier in diesem Video nicht verraten. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Deswegen werde ich den Gewinner schon am kommenden Dienstag ziehen. Deswegen das Zeitfenster für dieses Giveaway ist relativ schmal, weil ich dann ab Freitag auch schon in Mannheim, was heißt schon, erst in Mannheim sein werde. Freitagabend voraussichtlich. Also, was müsst ihr tun? Moment, das ist natürlich das Thumbnail. Ihr müsst natürlich meinen Kanal abonnieren. Daumen hoch, optional wäre eine feine Sache. Wie gesagt, in den Kommentaren das Code-Wort Giveaway reinschreiben für den Zufallsgenerator und lasst euch einfach mal über die neue Season aus, was ihr davon haltet. Und schreibt natürlich unbedingt auch rein, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. PlayStation, Xbox, PC und natürlich auch Switch. Die wenigen, die auf einer Switch spielen werden. Und ihr solltet natürlich Instagram haben, damit wir später kommunizieren. Wenn ich euch dann am Dienstag ziehe, schreibt ihr mir via Insta und sagt hier, ich bin der Gewinner und den Rest klären wir über Instagram. Also ihr wisst Bescheid. Mehr habe ich leider nicht zu berichten. Ich wollte eigentlich dieses Giveaway mit ein paar News verbinden. Deswegen kommt dieses Gewinnspiel auch relativ spät. Aber es gibt einfach eine absolute Todesflaute und es gibt nichts zu berichten in Sachen News. Deswegen doch relativ spät von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag, einen schönen Start in die neue Woche. Und wir hören uns spätestens am Dienstag oder sehen uns am Freitag, Samstag oder Sonntag. Ende August, Anfang September in Mannheim. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.